In China geht der Abverkauf weiter aus Enttäuschung über die weiteren Stimulusmaßnahmen, die man sich von der zweiten Pressekonferenz erhofft hatte, aber nicht kamen. Jetzt sehen wir, dass nicht nur der Hang Seng weiter unter Druck bleibt, sondern eben auch die Aktienmärkte in Festland. China, während auf der anderen Seite die Wall Street wieder in totaler KI-Euphorie ist. Nvidia, Nvidia, oh, man kann sich gar nicht retten vor Nachfrage nach diesen Chips. Kein Wunder, dass die jetzt natürlich groß ist, wenn eine neue Generation von Chips kommt mit besserer Leistung. Dann dürften die alten Chips Ladenhüter gewesen sein. Darüber wird nicht so gesprochen. Sei es drum jedenfalls die Wall Street in Rally-Modus trotz des China-Abverkaufs. Und jetzt wartet man in den USA auf den Hurricane Milton, der Florida heute treffen wird. Und je nachdem, wie katastrophal dieses Ereignis wird, dürfte das Einfluss haben, nicht nur auf die Finanzmärkte, sondern möglicherweise auch auf den US-Wahlkampf. Und ein wichtiger Faktor sein dafür, wer der nächste Präsident oder die nächste Präsidentin wird. Aber schauen wir uns erst einmal China an. Hier sehen wir doch ein ziemliches Minus, das schon viel größer war, sowohl in Shanghai als auch in Hongkong beim Hang Seng. Aber dann wurde angekündigt, der Finanzminister wird am Samstag eine Pressekonferenz geben. Und die chinesische Führung hat ja den Fehler gemacht, nachdem man bei der ersten Pressekonferenz ja Großes verkündet hatte, dann nochmal eine Pressekonferenz anzukündigen und abzuhalten, bei der dann gar nichts Neues passiert ist. Das hat zu dieser Enttäuschung geführt. Jetzt versucht man offenkundig, den Finanzminister auf Samstag vorzuschicken und sich zu überlegen, was erzählen wir den Leuten denn jetzt. Also schon ein bisschen, naja, nicht besonders geschickt, um vorsichtig zu sein, jedenfalls, oder vorsichtig zu formulieren, jedenfalls sehen wir, dass diese 10-Tages-Rallye erst einmal vorbei ist und Stimulus wird gebraucht, so heißt es hier bei Bloomberg. Denn wir hatten ja jetzt eine goldene Woche in China, wo Millionen von Chinesen verreisen und die haben in Relation weniger Geld ausgegeben als etwa vor Corona. Das heißt, der Konsument in China schwächelt nach wie vor. Der ist nach wie vor nicht bereit, jetzt richtig all in zu gehen und wieder zu konsumieren, weil schlichtweg er sich enthebelt und durch die fallenden Immobilienpreise eben schlicht ärmer geworden ist, könnte man sagen. Jetzt kommen wir in die USA, meine Damen und Herren, hier in Florida. Über 1300 Tankstellen haben schon kein Benzin mehr. Autobahnen verstopft alles, versucht irgendwie noch rauszukommen. Schätzungen gehen davon aus, dass etwa die Schäden bei 175 Milliarden Dollar sein dürften. Jetzt hatten wir ja erst Helene und jetzt eben Milton. Je nachdem, das könnten Rekordschäden für die Rückversicherer auch werden. Und interessant ist vor allem, was Joe Biden jetzt gesagt hat. Ron DeSantis liefert sich ja eine verbale Schlacht mit Kamala Harris und der Auftritt von Joe Biden. Der sagt also, der macht einen super Job hier mit der Vorbereitung auf den Hurricane. Der hat meine Telefonnummer, wir haben gesprochen, super Typ, während sich gleichzeitig Harris und DeSantis behaken. Also man sieht, der gute Joe Biden, der ist jetzt nicht so wahnsinnig der Top-Wahlkämpfer für Harris, finde ich sehr, sehr interessant. Und apropos Harris, da ist ja Interessantes passiert. Kamala Harris hat in einem Interview bei 60 Minutes mal wieder den typischen Wortsalat gebracht, wenn sie nicht wusste, was sie eigentlich zu einem Thema sagen soll. Hier befragt zu Israel, wo sie dann sagte, ja, wissen Sie was, also unsere Handlungen haben im Neuen Osten Dinge bewirkt, die dann durch unsere Handlungen ausgelöst worden waren und solche Sachen. Und das hat man jetzt bei 60 Minutes rausgeschnitten. Und eine andere Passage, die sie vorher gesagt hatte, dafür eingesetzt auf die Frage des Reporters. Also man versucht schon ein bisschen die gute Kamala zu stützen und hier bestimmte Peinlichkeiten ihr zu ersparen, die aber dennoch eben nicht kaschiert werden können, weil manche Leute diese ursprüngliche Version eben aufgezeichnet haben. Aber das nur nebenbei. Nochmal zu Israel. Hier offenkundig Stress im Kabinett von Netanyahu, der jetzt seinen Verteidigungsminister ganz nicht in die USA reisen lässt. Das war eigentlich für heute vorgesehen. Dagegen will er heute, nämlich der Netanyahu, mit Biden telefonieren. Es gab ja hier Berichte eines sehr bekannten Journalisten in den USA, dass das Verhältnis der beiden, nämlich Netanyahu und Biden, nicht allzu freundlich gestimmt sein soll. Und das liegt auch daran, dass die USA zunehmend frustriert sind über das, was die Israelis eigentlich vorhaben. Die halten die Klappe. Die sagen den Amis nicht, was sie als Gegenschlag gegen den Iran wirklich planen. Und so entsteht eine gewisse Ratlosigkeit, eine gewisse Frustration bei den Amerikanern. Netanyahu wird wahrscheinlich hoffen, natürlich, dass Trump die Wahl gewinnt, denn der ist praktisch komplett uneingeschränkt pro Israel. Bei Biden ist das nicht ganz so deutlich. Und dementsprechend dürfte Netanyahu eben auch keine Rücksicht nehmen jetzt auf die Demokraten, damit die ja die Wahl gewinnen. Das Gegenteil ist eher wahrscheinlich. Aber kommen wir zu, sie merkt, meine Damen und Herren, in die USA. Was ist ja passiert an der Wall Street. Wir sind nur noch knapp unter dem Allzeithoch. Beim S&P 500 haben wir gestern nicht ganz geschafft. Während gleichzeitig der WIX deutlich über 20 steht, geschlossen bei 21,37. Nachdem wir ja zuletzt deutliche Gewinne beim WIX hatten, ging es gestern nach unten. Also wir haben ein sehr hohes Angstbarometer, Volatilitätsbarometer dafür, dass wir hier immer weiter nach oben laufen. Und George Gammon berichtete, dass er CNBC geschaut hat. Und er meint also, diese Euphorie, die da greifbar ist, das sei noch größer als bei dieser Crypto-Euphorie in 2021. Und das Interessante ist ja, wie in 2007 hat die FED ja die Zinsen um 0,5 gesenkt. Dann haben wir 2007 ein neues Allzeithoch erreicht. Den nehme ich am 9. Oktober 2007. Also praktisch heute vor 17-Jährigen. Und naja, mal gucken, ob sich das wiederholt. Natürlich nicht. Das ist unwahrscheinlich. Aber wir haben ja ganz ähnliche Kursmuster eigentlich wie im Jahr 2007. Man darf gespannt sein. Wichtig eben diese Stimmung. Super, alles gut. Wir sehen deshalb auch zum Beispiel die Bewertung in 12-monatige Forward Price Sales Ratio. Also Bewertung, Quarkapitalisierung zu Umsatz. Höchstes Level seit März 2004. Und Greed Index nur ganz knapp unter extremer Gier. Und wir sehen vor allem 0 Absicherungsbedürfnis. Hier haben wir mal ISI Call-Put-Ratio bei 2,75. Das heißt, wir haben fast dreimal so viele Calls wie Puts. Höchster Wert seit dem 20. März 2022. Und unten sehen wir in dieser Grafik, dass solche Extremwerte durchaus mal ein bisschen ein Luft holen, eine Korrektur einleiten können. Nicht müssen, kann heute weiter nach oben gehen, keine Frage. Aber wir sehen, das ist schon ein bisschen angespannt. Alles getrieben durch nie wieder. Gestern entspannte 4% wieder zugelegt. Die Tech-Werte waren es, die gestern getrieben haben, nachdem sie vorher ja verloren hatten. Bis auf Nvidia. Wir sehen, dass Energie XOM und solche Werte verloren haben. Heute Nacht TSMC mit natürlich wieder übertreffenden Umsätzen und Gewinnen in Relation zur Erwartung. Wobei die Erwartung immer sehr stark nach unten geschraubt wird, auch bei TSMC, diesen Taiwanesen. Wir sehen, ja, das ist sehr ordentlich, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das komplett durch die Decke geht. Das ist gut, aber eben das Thema ist, wo ist die wirkliche Anwendung für diese KI. Das ist klar geworden, vor allem bei OpenAI, die ja die Anwendung schlechthin haben mit ChatGPT. Und es nicht schaffen, das Ganze irgendwie profitabel darzustellen. Und die Frage wird eben sein, wann verlieren die Märkte mal die Geduld, dass sie sagen, ja, schön, alles gut, wenn ihnen wieder Chips verkauft. Aber wir wollen die Unternehmen, die diese Chips einsetzen, eben auch Geld verdienen sehen mit diesen KI-Anwendungen. Genau, das könnte dann der Knackpunkt sein. Hier das Justizministerium in den USA geht jetzt immer intensiver gegen Google vor. Sagt direkt, ja, Monopolisten werden wir aufspalten, so wie es aussieht. Jetzt werden natürlich die Juristen von Google dagegen schießen, sodass die ganze Geschichte sich noch Jahre hinziehen wird. Aber es zeigt, die meinen das ernst und das könnte eben nicht nur Google treffen. Apropos Google, die wollen jetzt auch irgendwie sich Atomkraftstrom sichern. Also man sieht, dem Robert Habeck kommen immer mehr Geisterfahrer entgegen und den Grünen, die sind alle auf dem falschen Dampfer. Und wenn wir jetzt nochmal zu den Unternehmen kommen in den USA, jetzt beginnt ja die Berichtssaison. Gestern hatten wir schon PepsiCo, jetzt kommt die Finanzwerte und Banken Ende der Woche. Und wir sehen, dass eigentlich erwartet wird, dass die Gewinne ziemlich mau ausfallen. Die Earnings are expected to slow in diesem Quartal. Man hat jetzt auch die Gewinnerwartungen und so weiter. Alles sehr, sehr stark wieder nach unten geschraubt im Vorfeld, um ja nicht allzu tief letztendlich drunter zu fallen, sondern locker über die niedrig gelegte Latte springen zu können. Wir haben gestern ja gesehen, nochmal zurückkehren zur US-Wirtschaft, dass Atlanta Fed GDP now für das dritte Quartal bei 3,2% ist. Okay, wenn du ein Defizit von mehr als 6% machst zum BIP, dann ist es schwer, eine Rezession zu bekommen. Nur irgendwann wird es schwierig, halt Geld zu drucken. Wir sehen, dass jetzt neue Meldung, das Defizit 1,8 Billionen erreicht. Das ist sehr sportlich. Auf der anderen Seite sehen wir dann eine Schlagzeile bei CNBC. Harris enters the homestretch riding once in a generation economic upswing. Also ein ökonomischer Aufschwung, der nur einmal in einer Generation vorkommt. Das werden wir uns merken. Diese Schlagzeile habe ich mal konserviert, denn ich denke, das wird bald sehr anders lauten. Denn wir sehen zum Beispiel solche Sachen, dass die Kreditkartenraten für Minusguthaben jetzt gesprungen sind auf 23,4%. Was bedeutet, dass die Amerikaner 318 Milliarden Dollar an Zinsen bezahlen müssen für diese Kreditkarten? Das war vor Corona 2019 etwa die Hälfte. Das heißt, dieses Geld fehlt natürlich für den Konsum. Gleichzeitig sehen wir, dass die Kreditkarten Delinquency Rates nach oben gehen, also die Ausfallraten jetzt bei 7%. Und eben das Paradoxe ist, was zeigt, dass die Fed auch ein bisschen die Kontrolle über die Märkte verloren hat, dass trotz der Zinssenkung durch die Fed, diesen großen Schritt, dass die Mortgage Rates nach oben gehen, weil eben die Kapitalmarktzinsen nach oben gehen. Wir sehen jetzt 30-jährige Mortgage Rate, also Hypothekenzinsen, 7% wieder, erst mal seit Juli. Und eigentlich hatten ja alle gedacht, Mensch, die gehen ja dann runter, super, dann wird ja alles schick. Das Gegenteil passiert. Heute ja das Sitzungsprotokoll der Fed, das wird schon wichtig, schon interessant, denn man sieht, wie die Diskussionen waren um diese 0,5 oder 0,25%. Wir haben Aussagen von Collins, Jefferson, Bostic, die alle so ein bisschen Blabla, ja Risiken jetzt ausgewogen zwischen Arbeitsmarkt, Inflation, schnippschnapp, wir sehen nach wie vor 86% Wahrscheinlichkeit, dass die Zinsen um 0,25% sinken am 7. November und 14% in etwa, dass gar nichts passieren wird. Und so toll die Daten auch waren, ein Punkt ist ja diese seltsame Häufung von Regierungsstellen, respektive staatlichen Stellen, Lehrer etc., die da eingestellt worden sind. Möglicherweise werden die eben am Ende des Schuljahres entlassen, damit man sie nicht bezahlen muss in den Sommerferien und dann wieder eingestellt zum neuen Schuljahr. Das heißt darum, wir sehen, dass bei diesen Payrolls, also bei den US-Arbeitsmarktdaten, nur 62% der Firmen geantwortet haben. Das ist die niedrigste Rate in 14 Jahren. Was wiederum bedeutet, dass wenn jetzt noch weitere Antworten der Unternehmen reinkommen, wir wahrscheinlich eine ziemlich große Revision dieser Daten sehen werden. Wahrscheinlich nach unten, so steht das zu vermuten. Und das könnte dann auch relevant werden, etwa für den Anleihenmarkt. Wir sehen ja die Rendite der 10-Jährigen nach wie vor über 4%. Eine wichtige Unterstützung jetzt für TLT, das länger laufende Anleiherenditen abbildet und als ETF gehandelt werden kann. TLT kann man sich merken. Und wenn wir jetzt nach Deutschland springen, dann sehen wir mal den Vergleich zwischen der britischen und der deutschen Industrie. Während die britische Industrie nach einem Brexit-Schock sich wieder erholt, ist das in Deutschland anders. Also wir sind schlechter dran als die Briten. Und das, wo wir den Briten ja immer sagen, mit dem Brexit, da habt ihr ja alles falsch gemacht. Und jetzt werden immer mehr Energiewendeträume infrage gestellt. Die Energiewende passiert ja auf dem Gedanken, gut, wir schalten mal die Atomkraftwerke ab, dafür müssen wir Kohle rauffahren, aber das tun wir nur vorübergehend, weil wir dann ja mit Wasserstoff und so weiter das Ganze ersetzen werden ab 2035. Allerdings klappt das mit Wasserstoff nicht so richtig, wird wahrscheinlich auch nie klappen, weil zu teuer schlichtweg, nicht rentabel herstellbar. Und jetzt neue Hilfsbotschaft für Roberto, dass Dänemark mit dieser Pipeline, die dann von Dänemark nach Deutschland gehen soll, wohl sich um ein paar Jahre verspäten wird. Und insgesamt, so Professor Weimann, zur Energiewende haben wir 600 Milliarden ausgegeben für diese Energiewende, ohne dass wir irgendeinen wirklich positiven Effekt davon hätten. Auch die CO2-Emissionen sind ja jetzt nicht so wirklich deutlich gefallen. Anders als etwa bei den Franzosen. Diese 600 Milliarden haben also keinen Wohlstand geschaffen, keine neuen Güter oder Dienstleistungen. Dem Klima hat das Geld auch nicht gedient. Und die Einsparungen, die in Deutschland überhaupt passieren über den CO2-Handel, werden durch den Emissionshandel von anderen europäischen Staaten kompensiert. Das heißt, wer weniger CO2 verbraucht, der macht den Weg frei, dass ein anderer mehr CO2 sozusagen emittieren kann. Das ist ja sozusagen das Prinzip. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Nochmal hier Überscheiner. Überscheiner, was da los ist, Stimulus Skepsis, so heißt es hier in diesem Artikel, gerne weiterempfehlen. Und die zweite, ja, wie geht es denn weiter mit dem DAX, der anders als die Wasi nicht so richtig aus dem Quark gekommen ist, diese Rallye nicht so wirklich mitgemacht hat. Was ist da zu erwarten diese beiden Empfehlungen? Ich sage sehr gut, ciao.